Sie kennen die Schilderinnen ein bisschen, wie es das Gewinn und die Gegens in Zentrum stattfand? Ich meine, dass alle Jäden seinen Gewinn ungefähr hat, dem selben ökonomischen Niveau. Versteht er seinen Gewinn? Reiche Jäden. Reiche Jäden für uns? Sicher. Aber ich meine, dass die Mehrheit jäden kleine Geschäfte und ich wollte das Kind sagen, dass sie alle jäden zur Mittelklasse gehört. Und wir haben gelebt, wir haben das Leben gemacht.